Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist jetzt der 24.10.2019, wir haben 19.19 Uhr und wir haben gestern den Ausbruch aus dieser mittelfristig langen Range gesehen. Wir haben uns jetzt nämlich 24 Tage, 25 Tage in den Bereich aufgehalten von knapp 7.900 Dollar bis 8.500 Dollar. Gestern sind wir darunter ausgebrochen, das heißt das erste Mal wieder eine größere Bewegung und dementsprechend habe ich es auch für sinnvoll gehalten, jetzt ein neues wöchentliches Update für euch aufzunehmen und euch kurz wie immer meinen Input zu geben auf die Preismarken, die ich achte derzeit euch hinzuweisen und generell einfach einen kurzen Marktausblick zu geben. Was die News betrifft oder generell die Geschehnisse rund um den Kryptomarkt, ist ja momentan eher relativ ruhig. Deswegen bin ich auch ziemlich davon überzeugt, dass dieser Preisabverkauf lediglich von technischer Seite kommt, also von technischen Trailern bzw. auch eventuell von der Theorie, die ich im letzten Video angesprochen habe mit diesem 6.500 Dollar Szenario. Wie auch immer, ich denke das reicht erstmal für dieses Intro, um euch einen kurzen Ausblick zu geben. Bleibt auf alle Fälle dran, wenn ihr sehr sehr kompakt und wirklich sehr sehr einfach zusammengefasst ein Update des aktuellen Marktes sehen wollt. Und somit gleich zum aktuellen Video. Wir haben ja vor knapp zwei Wochen eine leichte Gegenbewegung gesehen, wo viele schon teilweise oder zumindest leicht euphorisch wohnen. Wir hatten ja wirklich rein prozentual betrachtet jetzt nicht wirklich einen kleinen Anstieg, also knapp 12% waren das. Das Ganze hat am 7. Oktober, ist am 7. Oktober gestartet, also knapp schon 20 Tage her. Aber wie wir jetzt im Nachhinein sehen, wohnen wir wirklich wieder abrupt von der 200er Tageslinie abverkauft. Auch hier wieder der Hinweis. Selbst wenn ihr Leute seid, die sagen, okay mit Charts könnt ihr absolut gar nichts anfangen, ihr seid wirklich langfristige Anleger und ihr wollt von Charts nicht wissen, das ist absolut legitim und das verstehe ich ja auch 100%. Wenn ich wirklich in ein Asset langfristig investiere, dann bin ich auch nicht interessiert daran, kurzfristig an dem Chart rumzuwerken. Aber die 200er Tageslinie ist einfach ein Muss für jeden Investor, meiner Meinung nach. Ich habe das Ganze, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe mehrere Bücher gelesen zum Thema Hedgefund Trading oder Hedgefund Management. Selbst die fundamentalen Trader, also die Makrotrader, wie man so schön sagt, im Hedgefund Business, legen meistens Wert auf EMAs. Also wenn ihr auf gar nichts schauen im Chart und wenn sehr, sehr viel Voodoo-Technik bei der technischen Analyse dabei ist, dann wird meistens doch immer auf die EMAs geschaut. Und ihr seht es auch schon hier, 200er Tageslinie ist überlebensnotwendig und solltet ihr euch unbedingt auf den Chart plotten. Wo sind wir jetzt hier? Ja, wir sind jetzt nicht gerade in einer erfreulichen Position für die Bitcoin-Bullen. Ich bleibe dabei, dass der Rest des Jahres eher bearish ausfallen wird, solange wenn ich bald eine starke Gegenantwort sehe der Bullen. Die haben wir bis dato nicht gesehen und für mich wird es auch immer unwahrscheinlicher. Das heißt, langfristig ist für mich der Case dann noch Bullish, aber mittelfristig, wo ich mich jetzt aufhalte, bleibt es für mich bearish. Der langfristige Case kommt gleich danach noch. Wir haben wieder zwei definierte Zonen, mit denen wir arbeiten können. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen eigentlich, dass ich immer meine Szenarien ausarbeite und das Ganze so simpel wie möglich halte. Wir haben zwei extrem wichtige Level, mit denen wir vom Daily Chart arbeiten können. Das heißt, wir haben einmal diesen gebrochenen Support. Sollte dieser Ausbruch jetzt nicht der Redewert sein und sollte dieser Ausbruch ein sogenannter Fake-Ausbruch sein, dann haben wir alle Zeit der Welt, falls der Kurs wieder hier drüber brechen sollte, ich muss jetzt gerade die Farbe noch ändern, falls der Kurs wieder hier über diesen Preis drüber brechen sollte, dann können wir immer noch unseren Ausblick ändern und hier eventuell wieder Long-Positionen eröffnen. Das größte bullische Szenario wäre natürlich, wenn wir über diesen Support brechen, denn je länger der Support gehalten wurde im Umkehrschluss, also auf der bullischen Seite, desto stärker wäre ein Signal der Bullen, sollte sie diesen Support zurückerobern. Das wäre das gleiche ungefähr wie im Fußball, Wenn eine Mannschaft, sagen wir mal, 2-0 hinten ist oder, keine Ahnung, 3-0 hinten ist und dann auf das 3-3 ausgleicht, dann ist das Momentum auf dieser Seite viel stärker. Das heißt, es ist eigentlich wahrscheinlicher, dass die Mannschaft, die das 3-3 geschossen hat, eher das 4-3 schießen wird, als die demoralisierte Mannschaft, die eh schon in den Zeilen hängt. Die gleiche Analogie können wir auch hier anwenden am Bitcoin-Chart. Sollten es die Bullen wirklich wieder schaffen, dieses Momentum umzudrehen und entgegen der Erwartungen der sehr, sehr bearish eingestellten Masse, diesen Bereich zurückzuerobern, könnte es ziemlich schnell wieder in diesen Bereich gehen. Ganz klar, wir haben unseren Make-up-Break-Punkt, das ist die 200. Tageslinie. Solange wir hier nicht drüber brechen, sind jegliche bullische Szenarien vom Tisch. So simpel könnt ihr eine Chart analysieren und so simpel sind die Grundaussagen dahinter. Unter der 200. Tageslinie bearish brechen wir darüber, können wir uns wieder über bullische Szenarien unterhalten. Wir sind zur Zeit darunter, also gibt es keinen Grund, überaus bullisch zu werden. Solange wir hier drunter sind, ist auch langfristig kein Grund, bullisch zu sein. Also das muss euch ganz klar sein. Wenn wir uns aber den Weekly-Chart ansehen, dann sieht es immer noch nicht so schlimm aus, wie es oft dargestellt wird. Wir haben hier dieses Support-Level, das ist wirklich das letzte Support-Level, das halten muss. Sollten wir hier brechen, haben die Bullen ein großes Problem, was ich selber auch nicht hoffe. Die Schwierigkeit, die wir jetzt hier haben mit den Fibonacci-Levels, ist, wie wir diese denn anziehen. Problem ist, wir hatten in diesem Bereich so extrem lange Wicks und wie die meisten von euch bestimmt wissen, es ist immer so eine Sache, zieht man die dann so an, zieht man die dann so an. Wenn wir sie so anziehen würden, dann wären wir hier schon am 50er-Prozent-Level. Also wären wir ja gerade direkt auf diesem 50er-Prozent-Level. Wenn wir sie aber hier nach oben anziehen, dann sind wir dort schon drunter gebrochen, was irgendwie auch Sinn machen würde, da wir dann hier schon zusammen dieses Level getestet haben und nochmal darunter geschlossen haben. Also dieses Zeichnen würde auch Sinn machen. Dann wären wir hier jetzt auch schon in der Nähe des Golden-Pocket-Ratios und das wäre definitiv ein Level, wo wir auf einen Bounce achten sollen. Wie auch immer, es ist relativ schwierig, das Ganze zu definieren, wie wir die Fibonacci jetzt anziehen sollen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier anhabt. Ich bin ziemlich unentschlossen. Man könnte argumentieren, dass dieses Level hier das nächste wichtige Level wird und das würde auch ziemlich genau mit dieser These dieses Miners übereinstimmen, die wir im letzten Video angesprochen haben. Das heißt, warum nicht ein Retracement zum 62er-Prozent-Ratio, wenn das Ganze dann haltert, wir von hier reakkumulieren, dann kann es ziemlich schnell gehen. Wir haben es ja auch damals gesehen, im Bereich Dezember bis Februar, es geht dann eigentlich immer wieder ziemlich schnell. Man hat zwar dann eine langweilige Phase, wo wenig passiert, wo wenig Action der Bullen ist, aber wenn die Bullen dann wieder hier sind oder wenn die Bullen wieder zurückkommen, dann geht es von heute auf morgen, dass wir dann solche Kerzen wieder sehen. Das heißt, die Flinte soll langfristig noch nicht ins Korn geworfen werden. Dann langfristig sind meine Zonen 6100, 6500. Sollten wir hier hingehen, werde ich stark nachkaufen, auch auf meine langfristigen Positionen, weil ich hier einfach den Bullen sehe, so wie ich den Chart sehe und auch in Anbetracht meiner fundamentalen Ansicht zum Thema Bitcoin. Es ist ja nicht so, dass ich nur Bitcoin kaufe, weil der Chart gut aussieht, sondern weil ich einfach generell von Bitcoin überzeugt bin und auch weiterhin langfristig überzeugt sein werde. Da sollten wir in den Bereich 6000 gehen, auch gerade im Hinblick auf das Jahr 2020. Ist für mich die Kaufzone erreicht, mittelfristig ist es ziemlich schwierig hier zu trainen. Ich sage es euch auch ganz ehrlich, dass ich zurzeit nicht kurzfristig handele, einfach aus dem Grund, weil ich zeitlich eingeschränkt bin und weil es für mich wenig Sinn macht, im Dettling-Markt hier zu trainen. Ich habe den ganzen Sommer über eigentlich Vollzeit getradet, das heißt 10 bis 12 Stunden am Tag. Das Ganze hat damals auch sehr gut funktioniert, auch vom P&L her. Aber momentan habe ich einfach nicht die Zeit, weil ich mich auf sehr, sehr viele andere Sachen vorbereite und einfach auch wenig Lust habe, diese Ranges zu trainen. Ich kann zwar hier sagen, dass es, ja, dieses Setup wäre schon zu trainen gewesen, wenn ihr jetzt wirklich genau meine Meinung hören wollt, die kurzfristigen Trailer unter euch. Ich weiß ja, dass einige kurzfristig von euch unterwegs sind und auch gerne meine Meinung schätzen. Die, die mich kennen, die wissen, dass das ein klassisches Setup von mir war. Warum? Wir haben hier unsere Range definiert. Ich arbeite immer von Ranges, also horizontalen Linien. Der Markt kommt hier drüber. Wir haben hier einen Fake-Out. Das hier ist extrem bearish. Drei Rufezeichen. Die Punkte gehen jetzt nicht. Drei Rufezeichen. Warum ist das bearish? Wir haben hier einen klaren Ausbruch. Das heißt, wenn der Markt hier drüber ausbrucht, solltet ihr diesen Bereich halten, weil das dann das Zeichen, dass der Markt höher will. Wenn der Markt aber sofort wieder drunter bricht, dann ist das das bearishste Zeichen, was ihr euch vorstellen könnt. Denn die Leute wohnen hier getrapped. Die Leute wohnen hier sozusagen mit einem Fake-Out überrascht, dass sie hier long gehen sollen, weil wir den Break-Out haben. Das machen dann einige auch hier. Aber danach wird der Markt direkt wieder darunter gepusht. Das heißt, hier verkaufen sehr, sehr viele Big-Boys ihre Bitcoins, shorten den Markt hier. Der Markt geht hier wieder drunter. Hier dann der Retest. Das heißt, hier wäre wirklich der optimale Entry-Shot zu gehen. Natürlich alles auf Heimzeit-Basis. Aber die Leute, die mich kennen und die mich auch auf Twitter verfolgen, die wissen, dass ich solche Entries auch schon hunderte Male im Vorhinein gepostet habe. Der Markt zieht hier wieder hoch. Dann der Abverkauf. Dann wieder hier diese Gegenbewegung, wo es dann wieder ein wenig schwieriger wird, im Markt zu bleiben. Aber auch wieder hier ganz klassisch diese Levels. 70,5 Abverkauf. Also auch nicht wirklich so überraschend, wenn man es kurzfristig betrifft. Aber wie gesagt, kurzfristig trade ich momentan nicht. Ich habe einfach nicht den Bedarf dazu und momentan einfach auch nicht die Lust. Und ich trade wirklich nur kurzfristig, wenn ich mindestens 7, 8 Stunden am Tag für den Markt aufbringen kann. Ja, ich bin wirklich in der Hinsicht ziemlich, ja, wie soll ich sagen, davon überzeugt, dass man einfach sehr, sehr viel Zeit investieren muss, wenn man wirklich kurzfristig Erfolg haben will. Ich muss einfach 100% nur den Markt im Kopf haben und nichts anderes. Und das geht momentan bei mir nicht. Dementsprechend sage ich euch auch, dass ich meine Aussicht auf den längerfristigen Timeframes beschränke. Das heißt nicht, dass ich nicht Swing trade. So Positionen habe ich generell am Laufen. Ich habe hier an der 200er Tageslinie einen Hedge aufgemacht. Das heißt, ich habe in meinem Portfolio mich nicht abgesichert. Vor allem die Bitcoins, die ich auf BitMEX liegen habe, weil ich nicht will, dass ich einen Wert verliere an meinen Margin-Bitcoins. Und ja, dementsprechend war das hier ein kurzes Update. Ich hätte es gerne sehr interessanter gestaltet, aber momentan ist es einfach nicht so interessant. Und ich denke, es ist dennoch hilfreich für euch. Wie gesagt, dieses wöchentliche Update einmal die Woche kurz. Und für euch kompakt zusammengefasst, was meine Meinung ist. Das Ganze will ich so beibehalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, euer Chris. Ihr solltet die Live-Sets wissen, auf die ich schaue. Und vielleicht hilft euch in eurer Analyse.